Der Spiritlername Ajita. Ajita ist ein Spiritlername für Aspiranten mit Soham-Mantra oder auch mit anderem Mantra. Ajita bedeutet unüberwindbar, unbesiegt, der ein Held. Ajita heißt derjenige, der nie überwunden werden kann. Ajita ist auch ein Name eines der großen Rishis aus den Veden. Ajita ist auch ein Beiname von Vishnu und Shiva. Wenn du den Namen Ajita hast, dann heißt das, auf der einen Seite du bist mutig und voller Elan und du gehst mit Freude und Kraft Dinge an und auch auf einer relativen Ebene wirst du immer wieder Erfolg haben, habe dieses Bewusstsein. Aber du weißt auch, auf einer relativen Ebene hat alles, was ein Anfang hat, auch ein Ende. Aber ganz tief im Inneren weißt du, die Seele ist unsterblich und nichts kann dir passieren. Was auch immer äußerlich geschieht, nichts kann dir etwas anhaben. Und was auch immer äußerlich geschieht, es hilft dir letztlich den höchsten Triumph zu erreichen, nämlich die Gottverwirklichung, die Selbstverwirklichung. Was auch immer kommt, nimm es als eine Gelegenheit, spirituell zu wachsen, um letztlich den letzten Triumph zu bekommen, Gottverwirklichung.